Hallo und jetzt kommt es zu einem neuen Guide von World of Warcraft. Heute geht es um den Erfolg Kriminalgeschichten oder genauer gesagt eben den Abschnitt Corona übernehmen sie. Dafür befinde ich mich jetzt hier in Waldracken, wieder beim Gasthaus bei 4850. Also hier an dieser Stelle, denn am dritten Tag beginnt das vierte Rätsel hier wieder bei Bobby Carleisel und zwar über eine Quest, welche Corona übernehmen sie heisst. Mit dieser geht man dann zu Claudia, also zu dem MPC, dem man eigentlich am gestrigen Tag halt sozusagen geholfen hat. Da können wir gleich hinfliegen. Die Quest abgeben. Da bekommen wir dann eine Notiz und einen Schlüssel. Die können wir gleich abgeben, diese Quest. Und somit werden wir gleich weitergeschickt. Die Notiz, die man da bekommt, schickt uns dann wieder zurück zum Gasthaus, wieder bei 4850. Also hier an dieser Stelle. Und somit müssen wir ja in den oberen Stock gehen. Also zweiten Stock des gerösten Geistbock. Und zwar mit Hilfe auch noch mit der Denkkappe. Also hier müssen wir wieder dieses Spielzeug verwenden, damit man die Koordinaten hier oben ablesen kann. Und hier beim ersten Ding müssen wir hinters Bett gehen. Dort befindet sich eine Truhe. Die können wir gleich öffnen und bekommen so ein Banner. Und für den zweiten Hinweis, also hier den Gutachter, müssen wir eigentlich hier die Denkkappe aktivieren beim Briefkasten. Das müsst ihr jetzt nicht unbedingt machen. Also ihr könnt eigentlich gleich zum Gutachter fliegen, aber nur so als kleinen Hinweis, wie das Rätsel hier funktioniert. Aber eben hier, da müssen wir jetzt zu diesen Koordinaten 12 und minus 13 fliegen. Der befindet sich hier hinten. Bei etwa 62, 74 oder eben hier auf der Map. Da können wir gleich reingehen. Zu Gutachterin. Und können hier sprechen. Bekommen dann eine Quest angezeigt. Die können wir gleich annehmen. Und da steht schon der Auftrag, bringt das Grabespanner zurück zur Kiste. Das erledigen wir ja auch gleich. Wir müssen somit wieder zurück zum Gasthaus. Hier wieder das reinlegen. Und dann haben wir eigentlich bereits die Quest erledigt hier. Da müssen wir einfach wieder zurück zu der Claudia. Und können hier die Quest abgeben. Und ja, somit haben wir das vierte Rätsel gelöst. Das war's eigentlich für diesen Guide. Ich hoffe, ihr konntet euch dabei, für dieses Rätsel ebenfalls zu lösen, beziehungsweise diesen Erfolgsabschnitt ebenfalls zu bekommen. Und sonst wünsche ich noch viel Erfolg dabei. Und viel Spass. Bis bald.